Musik Das ist die Einlösung einer Wette, die vor über zehn Jahren entstanden ist, wo wir von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen sind. In einer Bierlaune hat man dann gesagt, wenn wir irgendwann mal mit unserem kleinen Verein in die erste Liga aufsteigen und gegen Kiel spielen, dann fahren wir mit dem Traktor da hoch. Ein paar Jungs haben das Versprechen eingehalten und sind heute hierher gefahren, oder die ganze Woche. Wir sind am Montagmorgen um 9 Uhr losgefahren und jeden Tag so zwischen 150 und 190 Kilometer. Super. Das ist Fankultur, sag ich mal so. Das gehört schon zur Fankultur. Das macht schon richtig Laune. Und dann noch Fragen, ob die THW-Fans zum Empfang kommen. Freundschaft. Wunderbar. Musik 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 Musik